hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einem neuen video und die retro olympiade geht in die nächste runde und zwar dieses mal ist der wunsch von screaming pixel dran der hat sich super pro protector für das super nintendo gewünscht ganz ehrlich ich habe echt angst vor diesem spiel weil ich weiß ist es eine bildungsluge ich weiß dass aber ich habe das spiel tatsächlich noch nie gespielt und deswegen wird das gleich sehr spannend an dieser stelle natürlich viele grüße an den screaming pixel besucht den guten mann mal ich habe euch natürlich das unten verlinkt und natürlich auch die ganze retro olympiade aktion falls ihr jetzt dieses mal als erstes dazu schaltet die vorgaben waren ganz klar schiechkei grad wird auf hart gestellt und die lebensanzahl auf drei und dann wird geguckt wer am weitesten kommt und ihr merkt schon ich versuche so ein bisschen vor mich her zu schieben weil ich wahrscheinlich versagen werde ich kenne natürlich die ersten beiden teile was heißt ja die ersten es gibt ja nur zwei teile auf dem gameboy die k natürlich ich hatte okay das ist wahrscheinlich bombe ihr seht ich gehe wirklich blind rein und den ersten teil habe ich damals als kind auf dem gameboy gehabt und habe es wirklich hoch und runter gespielt ich habe es geliebt ohne ende kam aber nie weit ich war nie wirklich gut in den spielen und deswegen hoffe ich mal dass die grundsätzlichen abläufe hier hoffentlich gleich sind wie zum beispiel hier dass man diese power ups in diesen drohnen oder sowas bekomme scheiße 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 alter ok ja das wird ein sehr kurzes video würde ich sagen ich bin grad selber schockiert wie schlecht ich war ok mein highscore ist 6600 punkte damit werde ich hundertprozentig den letzten platz belegen hundertprozentig das werden die anderen wesentlich besser gemacht haben ich mache noch einmal continue damit das video ein bisschen länger bleibt vielleicht kriege ich es ja besser hin aber wie gesagt diese 6600 punkte die zählen jetzt natürlich was ich halt erzählen wollte auf amerikanischen original heißt das ganz natürlich super kontra beziehungsweise kontra analogischerweise auf den gameboy und hier in europa wurde es halt entsprechend umgemodelt mit entsprechend mit einem roboter war man damals wahrscheinlich dachte okay das wird sich zu brutal oder ähnliches jetzt komme ich hier schon besser durch aber wie gesagt ich bescheiße hier nicht wir haben uns nämlich am anfang geschworen okay heimlich geübt wird oder nicht oder et cetera es geht ja auch eigentlich natürlich hier um den den spaß an der sache es geht hier nicht darum irgendwie die besten punkte zu haben okay so viel besser war ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt oh gott ok wie gesagt sehr kurzes video ich hoffe euch hat mein beitrag trotzdem gefallen und ich hoffe dass das erste spiel was ich hier übrigens aufnehme ich hoffe dass ich einen anderen besser bin ehrlich gesagt danke dass ihr trotzdem reingeschaut habt ich hoffe ich habe euch so ein bisschen unterhalten können und ihr schaut bei den anderen leuten vorbei vielen dank ihr lieben macht's gut tschüss